Ich bin Felix und ich mache eine Ausbildung zum milchwirtschaftlichen Laboranten. Ich bin Britta und ich mache auch eine Ausbildung zum milchwirtschaftlichen Laboranten. Ich bin Thomas und ich mache die Ausbildung zum Molkereifachmann. Und wir machen unsere Ausbildung bei Friesland Campina, weil unser Land, liebe Pudding, einfach der Beste ist.